Hat ein Mädchen sich besonders schön gemacht, da schöpft man gleich Verdacht. Gieß ein junger Mann mit einem Blumenstrauß, sieht auch verdächtig aus. Da spinnt sich irgendetwas an, worauf man sich verlassen kann. Ein junges Mädchen, ein junger Mann, ein Tag im Frühling, so fängt es an. Erst sagt man sie, dann sagt man du, erst küsst man sie, dann nimmt man du. Es scheint die Sonne, nur für die zwei, und im Dezember ist es noch Mai. Die ganze Welt gehört als Tag, dem jungen Mädchen, dem jungen Mann. Die ganze Welt gehört als Tag, dem jungen Mann. Die ganze Welt gehört als Tag, dem jungen Mann. ầy company Untertitelung des ZDF, 2020